Bauhaus, wenn's gut werden muss. Heute mit dem Schnellmontage-Fahrradschlauch von Fischer. Sie fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit oder in der Freizeit? Dann kennen Sie die Situation. Aus heiterem Himmel haben Sie eine Reifenpanne, denn die Fahrradreifen sind tagtäglich starken Belastungen ausgesetzt. Mit dem Fischer Schnellmontageschlauch sind Sie westens auf solche Situationen vorbereitet. Der Tausch des Schlauches ist einfach und gelingt in kürzester Zeit, denn ein Ausbau des Rades ist nicht notwendig. Sie müssen lediglich eine Seite des defekten Reifens mit Hilfe eines Reifenhebers von der Felge heben. Danach ziehen Sie einen Teil des defekten Schlauches aus dem Mantel, schneiden ihn mit einem Messer durch und nehmen ihn aus dem Reifen heraus. Jetzt wird der neue Schlauch eingesetzt. Um ein Verdrehen des Schlauches auszuschließen, sollte vorab der Schnellmontageschlauch etwas aufgepumpt werden. Führen Sie als erstes das Ventil in die Felge und anschließend den Schlauch Stück für Stück in den Mantel ein. Nun den Mantel wieder auf die Felge ziehen. Den Reifen nun vollständig aufpumpen und schon ist der Reifenwechsel beendet. Ein Reifenwechsel mit dem Schnellmontageschlauch ist wesentlich einfacher als mit herkömmlichen Fahrradschläuchen, denn ein Radausbau ist nicht erforderlich. So gelingt der Schlauchwechsel in kürzester Zeit ganz einfach auch bei Rädern mit Nabenschaltung oder Elektroantrieb. Und das ohne Spezialwerkzeug und ohne besondere Kenntnisse. Sie können beruhigt auf Ihr Fahrrad steigen, denn mit dem Schnellmontageschlauch sind Sie bestens auf eine mögliche Reifenpanne vorbereitet. Den Fischer Schnellmontageschlauch und weitere Informationen zum Produkt finden Sie in Ihrem Bauhaus-Fachzentrum ganz in Ihrer Nähe.